Es ist wichtig für mich, Miss from Germany zu gewinnen, da ich immer einen Traum hätte, berühmt zu werden, um meine Philosophie außen zu bringen. Jede Frau kann das machen, sie soll das nur Wünsche und die Ziele stellen. Ich habe noch andere Talente, ich mag gerne singen und ich tanze auch gerne. Das ist die Zeit, ich lerne Latina dance. Rumba, cha-cha-cha. und so weiter und so fort. Das mag ich total gerne. Das bringt mir meinen Spaß und genau diese weibliche Energie. Sie kommt von mir nach außen. Ursprünglich komme ich aus Russland und ich vermisse noch in meinem Heimatland, dass alle meine Verwandten dort leben. Und dieses Kontakt zu ihnen vermisse ich ganz. Meine Lieben, ich werde mich ganz ganz herzlich bedanken für Ihre Unterstützung, wenn er für mich wartet bei Miss from Germany.